Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manny Bräugmann und Frank Buschmann. Und alle gucken sie heute auf Werder Bremen. Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Fritz. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Arnautovic. Fritz. Polanski. Jonsson. Er will ihn haben, der Ball kriegt er ihn. Polanski. Ein Traumpass. Gute Möglichkeit. Ja. Aus dieser Flanke ist nichts geworden, der Ball wieder beim Gegner. Ja, toll. Der könnte passen. Mit dem Kopf. Ich will ihn übertreiben, aber kilometerweit am Ziel vorbei. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Sicher in der Ballbehandlung. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und das macht... Geht er rein? Ah, das war haarscharf. Roberto Femigno. Roberto Femigno. Fritz. Das sieht gut aus. So sieht ein Pass aus. Jetzt zieht er ab. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kula-Ball genannt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Stark gemacht. Toller Pass. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Und nun Salijovic. Elia. Herrlich gemacht. Er wollte das ganz alleine machen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Aber jetzt ist es vorbei. Hand. Ja, so kann es weitergehen. Ja, er versucht es wenigstens mal. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Kopfball. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, da kommt was auf uns zu. Ein wunderschönes Zuspiel. Ein sehr schöner Pass. Achtung, das gibt was. Und, und jetzt. Und er ist er drin. Der Torreigen ist eröffnet. Tobias weiß. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her. Und macht genau das, was die Spieler wollen. Das ist es. Versuch's. Der Kopf. Polanski. Gut abgefangen hat er da den Ball. Da freut sich der Trainer. Souverän geklärt. Johnson. Leine Rangelei um den Ball. Weiter geht's. Und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Arnautovic. Hand. Und der kommt genau an. Hand. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Hand. Sicher in der Ballbehandlung. Arnautovic. Und das macht er richtig gut. Elia. Sofort abgezogen. Und. Polanski. Eine knappe Pausenführung. 1 zu 0 nach 45 Minuten. Ein paar mehr Tore. Das wär's gewesen. Alle Spiele sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. ganz sicher hat er das gemacht. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das sieht gut aus. Die Flanke kommt gut. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Brillant gemacht. Polanski. Roberto Femigno. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Arnautovic. Ja, das könnte was werden. Und das sieht hier ganz einfach aus. Okay, das war eine Abseitsposition. Aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Ganz, ganz eng. Ganz, ganz knifflig. Diese Abseitsentscheidung. Wir brauchen drei, vier Slowmos, um das auflösen zu können. Jawohl, da hat er klären können. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Hand. Verpasst hat Topolos. So sieht ein Pass aus. Hand. Stark gemacht. Ja, so kann es weitergehen. Schön mit dem Kopf. Und der Abwehrspieler haut den Ball ins Seitenhaus. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Elia. Seine große Liebe, das ist der Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, der Pass kommt an. Die Möglichkeit. Gut geklärt hier. Und damit ist die Gefahr erstmal gebackt. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Verpasst hat Topolos. Hand. Elia. Hand. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Schön gesehen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ein sehr schöner Pass. Guter Pass. Und nun Salihowitsch. Auch unter Druck. Absolut ballsicher. Ja, ja, so geht es auch. Der Ball geht ins Tor aus. Und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Hand. Ja, tolle Chance. was für ein niedlicher kleiner roller ja das ist nicht die ganz große aufgabe gewesen papastatopoulos es wird wohl gewechselt bei der heimmannschaft sie müssen nur die nächste spielpause abwarten achtung hier band sich vielleicht was an also die chance hat er vertan wo die handspiel unterbunden vom referee das ist nachlässiges abwehrverhalten ein neuer mann soll mithelfen die niederlage vielleicht doch noch zu verhindern der geht neben das tor papastatopoulos polanski ja da kommt was auf uns zu da freut sich der trainer mit dem kopf und der kommt genau an und der angriff wurde gestoppt parkfrede an autowitsch oder das wird der trainer gerne sehen wie der ball da durch die eigenen reihen läuft sicher in der ballbehandlung nils petersen sehr schön freigelaufen mann jetzt jetzt gefährlich er hat den ball sofort verarbeitet und wenn jetzt nach diesem eckball ein tor fällt dann ist das spiel entschieden und das macht er richtig gut so für einen angriff reiz noch der könnte ihnen jetzt noch den ausgleich bringen rudy freude bei allen grün-weißen werder gewinnt die heutige partie